Hallo, mein Name ist Tino Schleich, ich bin Produktmanager bei der Firma Theben in der Business Unit Building Automation und ich möchte Ihnen heute unsere Neuheit die ION-Tast-Sensoren vorstellen. Unsere neuen ION-Tast-Sensoren KNX haben alle eines gemeinsam. Dank rahmenlosem Design fügen sie sich harmonisch in jeden Raum ein. Es sind verschiedene Ausführungen verfügbar, der Einfachtast-Sensor ION-102 KNX, Zweifachtast-Sensor ION-104 KNX und ein Raumcontroller ION-108 KNX mit bis zu 20 Funktionen und integriertem Raumtemperaturregler. Der ION-102 und ION-104 KNX bietet die Möglichkeit, die mittlere Blende durch ein Beschriftungsfeld zu ersetzen und somit individuelle Funktionsnamen auf dem Gerät aufzubringen. Beide Geräte ION-102 KNX und ION-104 KNX verfügen zudem über einen integrierten Temperatursensor und senden somit im System die aktuelle Raumtemperatur an, beispielsweise einen Heizungsaktor, der dann wiederum die Raumtemperatur regelt. Die Tasten von ION-102 und ION-104 KNX können sehr flexibel mit Funktionen belegt werden. Egal ob Schalten, Immen, Jalousiesteuerung, Wertsenden, Betriebsarten setzen, Szenen abrufen oder speichern, Farbsteuerung, alle gängigen KNX-Funktionen sind in den Tastsensoren mit enthalten. Zudem bieten die Geräte die Möglichkeit, den aktuellen Status über eine LED anzuzeigen. Dabei können Sie frei wählen, welche Farbe die LED haben soll, ob sie dauerhaft angezeigt werden soll oder nur für eine bestimmte Dauer, ob sie blinken, pulsieren oder statisch sein soll oder ob sie die LED gänzlich ausschalten möchten. Die Helligkeit der LEDs können Sie völlig flexibel über ein Kommunikationsobjekt steuern oder alternativ steuert der ION die Helligkeit der LEDs automatisch in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit. Die KNX-Tast-Sensoren ION102 KNX und ION104 KNX werden ergänzt durch einen Raumcontroller ION108 KNX. ION108 KNX verfügt über einen integrierten Raumtemperaturregler, unterstützt die Betriebsarten Heizen-Kühlen sowie eine Lüftersteuerung. Zudem können in ION108 KNX bis zu 20 Funktionen programmiert werden, wobei jeder Funktion ein individuelles Icon und eine Beschriftung hinzugefügt werden kann. Die Bedienung des ION108 KNX erfolgt sehr einfach direkt am Gerät. Jede der 20 Funktionen kann direkt am ION108 KNX mit den Tasten oben und unten bedient werden. Die Auswahl der zu bedienenden Funktionen erfolgt über die Tasten rechts und links. Alternativ zu der Bedienung über die Tasten direkt am Gerät besteht die Möglichkeit, alle Funktionen in der ION Play App zu bedienen. Die ION Play App kann auf jedem mobilen Endgerät installiert werden und bietet dem Kunden die Möglichkeit, alle Funktionen ganz bequem per Smartphone zu bedienen. Ein weiteres Highlight aus unserem KNX Programm. Die Tastsensoren ION102, ION104 KNX und der Raumcontroller ION108 KNX. Für maximalen Bedienkomfort dank Bedienung mittels ION Play App und Bluetooth-Kopplung. Für maximale Sicherheit dank Unterstützung von KNX Data Secure. Made in Germany. Diese Geräte sind übrigens auch für unser Smart Home System Luxor Living verfügbar. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns Ihr Like. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, damit Sie stets über die neuesten Entwicklungen informiert sind. Vielen Dank!